Wir bauen Autos, die keiner braucht, aber die jeder haben will. Da stimmen wir Ferry Porsche voll und ganz zu. Für unsere Wagen gilt außerdem, alle wollen einen, aber nur wenige haben sich auch einen verdient. Seit über 30 Jahren sind schöne Automobile unsere Leidenschaft und unsere Kompetenz. Und in den vergangenen acht Jahren haben wir uns besonders auf Old- und Youngtimer von Porsche und Mercedes-Benz spezialisiert. Nur ganz besondere Modelle in hervorragendem technischen Zustand kommen in unseren Showroom. Aber wir verkaufen nicht nur. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern bieten wir unseren Kunden umfangreiche Serviceleistungen an. Besuchen Sie uns in unserem historischen Showroom im Herzen Kölns. Seien Sie unser Gast. Verbringen Sie Zeit mit unseren handverlesenen Classic Cars. Wir haben viele davon und wir haben die besten. Sagen Sie uns nur Bescheid, wann Sie vorbeikommen wollen und wir freuen uns darauf, Sie bei uns zu Gast zu haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017